Russland TV, Russland hören und sehen. Die Vorbereitungen sind momentan in vollem Gange. Auch 2009, 2010 sind wieder zahlreiche russische Ballettkompanien in Mitteleuropa unterwegs. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das Angebot noch gewachsen. Nicht nur aus Moskau und St. Petersburg, auch aus Ufa und Perm werden bekannte Truppen auf Tour sein. Die Namen klingen häufig zum Verwechseln ähnlich. Das russische Staatsballett und das russische Nationalballett touren ebenso wie das Staatsballett St. Petersburg, das russische klassische Staatsballett und zwei staatliche Ballettakademien. Von der Nordseitküste bis nach Österreich, Schweiz und Liechtenstein gibt es kaum noch weiße Flecken auf den Tourplänen. Die Qualität ist jedoch bei jeder Truppe erstklassig, denn Russland ist nicht umsonst das Mutterland des klassischen Tanzes. Die berühmtesten Ballettschulen der Welt befinden sich im Land und alle Tourneetruppen rekrutieren die dort besten Absolventen. Nur so kann solch eine Vielzahl von erstklassigen Kompanien zustande kommen. Und nicht nur die besten Tänzer stammen aus dem Osten. Auch die bekanntesten Stücke wie Schwanensee, Nussknacker und Dornrösschen wurden hier geschrieben. Eine kleine Sonderstellung hat das St. Petersburger Staatsballett und Eis. Nicht auf der Tanzfläche, sondern auf spiegelglattem Eis werden hier die russischen Ballettklassiker dargeboten. Von ehemaligen Olympioniken und Weltmeisterschaftsteilnehmern des Eiskunstlaufs. Auch Russland TV wird wieder bei der Aufführung einer der Truppen hinter den Kulissen zu Gast sein und zur Weihnachtszeit davon berichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017